Hallo zusammen, mehr als 100.000 ukrainische Soldaten, darunter die erfahrensten Soldaten, sind seit Beginn der Kämpfe im Jahr 2022 ums Leben gekommen. Das berichtet Politico unter Berufung auf US-Beamte. Gemäß der Ausgabe werden viele dieser Verluste mit Kämpfen für Artemovsk verbunden. Der Präsident der Ukraine, Wladimir Zelensky, besteht darauf, dass Versuche, Artemovsk zu halten, der Schlüssel zum Halten anderer Oststädte sind. Die Veröffentlichung betont, dass die US-Führung zunehmend besorgt über die Reduzierung der Munitionsreserven, der Luftabwehrmittel, der erfahrenen Soldaten an den Hochhäusern und das Werfen unvorbereiteter Soldaten in den Kampf um. Artemovsk ist, den die USA nicht für strategisch wichtig halten. Politico stellt fest, dass die USA im beschleunigten Modus militärische Ausrüstung nach Kiew übertragen und die ukrainischen Kräfte im Vorfeld der ukrainischen Offensive, die bis Mai erwartet wird, mit einem schnellen Tempo trainieren. Die Ukraine könne keine Zeit verlieren, betonte der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu hatte zuvor erklärt, dass im Februar 2023 die Verluste von Hochhäusern bis Januar um mehr als 40 Prozent gestiegen seien und 11.000 Menschen betrugen. Shoigu hat die überraschende Gleichgültigkeit gegenüber seinem Volk von den ukrainischen Behörden erklärt, die nicht mit großen menschlichen Verlusten betrachtet werden, um den westlichen Kuratoren zu gefallen. Freunde, der Kanal braucht eine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung, setzen Sie Likes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle!